so dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück bei seven days in der starvation mod ich bin der zuwarok und mit dabei ist der kugel der auf dem weg ist sein rucksäcke zu holen mehrere mehrere genau so ich habe hier noch ein revolver gefunden der ist aber für ein eimer also so was schlechtes habe ich noch nie gesehen aber naja gut nehmen wir mit mein gott was soll ich würde mal sagen wir packen ein was wir haben und dann renne ich schon mal rüber und bringen das weg und macht drüben denn so zack warte mal raus so das noch mit das noch mit so ok jetzt ein riesiger sporn das bohrt für was viele zombies die da jetzt rumlaufen nach so wird das behalten muss ich erst mal den rucksack suchen zehn millimetre patronen brauchen wir die dann weiter von dir hat er richtig rumse m2 tripod oh cool das ist doch mal das doch mal gefällt mir ja sehr schön so immer mal so und alles was geht wenn ich den messer darüber schleppen so wir haben auf jeden fall besuch hier ich glaube hier ist besuch in der bude oder auch nicht ich wollte sagen vogelnest so hoffe ich finde ich das haus wieder hoffentlich finde ich das haus wieder und du deinen rucksack auf jeden fall ja das wird sich jetzt wahrscheinlich erst mal ein bisschen hinziehen weil ich hier unbewaffnet wie ein wildes häschen hin und her laufen zick zack und um die chance zu haben meinen rucksack zu sehen und den zombies auszuweichen ich drücke die daumen ich bin auf deiner seite kugel sehr schön so jetzt muss ich nur noch das haus finden dicht am stadion das war bestimmt nicht billig die hütte ja da bin ich auch in der nähe bloß unser haus liegt mehr oder weniger links vom stadion und ich bin jetzt rechts vom stadion mein freund für dich ist ende aber ich weiß auch nicht wie weit ich sie in die stadt rein geschafft habe ich habe keine ahnung mit dem rucksack miste ich treffe ihn doch nicht mal warum eigentlich nicht weil er so wackelt ja ja nicht mit to war so kopflos der hatte nicht übermütig der war übermütig so ist hier ist unsere hütte wohnung zu hause ich hoffe wir wohnen keiner mehr doch die tür haben wir ach hier sind zu lesen war da nichts war weißt du noch wie weit ich sie in die stadt geschafft habe dort ist doch auf die map geguckt das weiß ich gar nicht ich weiß gar nicht wie weit ich hatte nicht das gefühl dass ich so weit vom haus weg bin okay so das ding ist ja schon voll gepoppt hier mit müll das muss ich mal sortieren alter freund mit dem schrott das kann auch alles raus so wir müssen das echt sortieren hier so hat das hat so keinen sinn ja aber wonach willst du sortieren wenn du nicht weißt was du brauchst und was du nicht brauchst ja plünen und nicht plünen oder so irgendwie müssen wir mal sehen so ich habe auf jeden fall eine leere tasche das heißt wieder zurück nächste ladung holen und dann müssen wir die hütte ein bisschen wieder zusammen basteln hier ein bisschen zusammenschustern das ganze teil so was mir gerade einfällt ich könnte doch mal schnell den schlafsack machen ich bin schon wieder am lächeln Schlafsack ist da. Perfekt. Wo ist denn unsere alte Hütte eigentlich, das muss ich auch noch mal schauen. Ach, zeig den mir noch an. Zeig den mir an, wo dein Schlafsack liegt. Echt? Auf der Karte wenigstens. Was ein Luxus. Ah ok, dann zeig der mir jetzt deinen auch an. So golden. Ja genau. Der grünen ist meiner. Ich hoffe es ist hier nichts anderes. Nix mit mehr als zwei Beine. Es sei denn, da sind Hörner auf dem Kopf. Was haben wir denn Tag 5 haben wir schon? Tag 5. Stimmt, da ist eine Palme. Bananenpalme, kann das sein? Keine Ahnung. Ich habe es nicht erkennen können was es ist. Alter, ich brauche irgendwie ein bisschen Lampe. Irgendwie ein bisschen Lampe wäre echt nicht schlecht. Ich brauche meinen Rucksack. Ähm. So. Alter, ich habe mir so viel Röntsch. Das ist ja Wahnsinn. So. Ah, Alter. Und was denn jetzt schon wieder? Ach, da kann ich Salat pflanzen mit. Oh man, wir müssen echt sehen, dass wir auch vielleicht einen Garten machen. Hast du keine Waffe, nix oder was? Wie denn? Womit denn? Ich habe keinen Rucksack. Ach. Hier unten im Keller. Also hier war der in der Garage. In der Mülltonne. Was? Hier unten in der Mülltonne. Besser als nix. In der Garage, in der Mülltonne. Danke. Damit du nicht ganz ohne da stehst. Ist nicht das Beste, aber immerhin etwas. Was ist denn das da? Wird wahrscheinlich eh nicht reichen, gehe ich mal von aus. Na gut, aber besser als nix. Na gut, aber besser als nix. Ach ja, Lady. Ja, ich komm schon. Komm mal her. Als wenn sie schwanger ist. Oh. Das hat sie aber auch voll hingerissen, also sie ist gleich umgefallen. Ah, die Gebäude hier, also das finde ich echt schon cool. Und so groß. Ich glaube, das ist auch nicht eine dumme Idee, hier eine Tür mal rein zu machen, ne? Tönen sind eigentlich in dem Spiel immer eine dumme Idee. Ja, ach nicht, stimmt ja. Da werden die ja von angezogen. Stimmt, aber eine Tür müssen wir auf jeden Fall rein machen. Das ist alles nix, glaube ich. Irgendwo muss man rein, ja. Da ist immer Besuch, irgendwo ist doch hier jemand und lungert. Da, zack. Ach, wo ist denn der jetzt? Hm, ist das nur der eine? Mach nicht so einen Terror, du bist tot. Der macht einen Wind, wo wieviel? Zwölf. Oh, wenn er es kann. Na ja. So. 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 Warte mal, wo war es jetzt? Die. Oh Gott. Ich glaube, ich muss eine neue Haus haben. Die taucht nichts mehr. Ist schlecht. Mhm. Mhm. So. Hast du es gefunden oder nicht? No. Ach, was Scheiß. Ich dachte, es wird sich jetzt auch ein bisschen hinziehen. Wenn der Scheißtyp nicht bald die Fresse hält, schneide ich ihm die Zunge ab. Oh Gott. Der kichert mich die ganze Zeit voll hier. Oh Gott. Oh Gott. schadhafte ausdauer willkommen schon jetzt ein schwein wenn du fleisch haben willst fleisch ist gut wo ist das schwein ich komme in deine richtung da ist ein schwein ja wo kommst du denn ja müsste in der richtung sein das schwein einer kreuzung mehr oder weniger an der kreuzung net auf der ebene wo die straße da so ein bisschen hoch geht wo die straße so ein bisschen hoch geht so kleine schweinchen hallo nein du doch nicht schon wieder auch wenn sie auf alle viere geht nee gerade als ich da war war da eins okay glasbohrung was können wir damit machen rezepte und damit hier ist auch ein schaf ne war kein schaf war ne ziege okay auch großartig ja ja warte 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 was ist das denn hier karottensamen mitnehmen sagen wir weil sie schon zum kleinen fruchtsalat fertig auch wenn das nicht viel bringt aber im Wesen kann man dann überleben ein bisschen vielleicht sollte ich dann schon mal anfangen ein bisschen in den garten zu machen aber die zombies sehen ziemlich weit finde ich und ziemlich lange vor allen dingen ja das habe ich mir auch aufgefallen also vergessen tun die nicht da ist der schwein ey du alte sau jetzt nicht sagen können da ist der rucksack leider nicht ein dicker kommt ja auch noch angerannt echt das fehlt mir jetzt noch kommt jetzt auf ich werde schwein haben vergiss es hier halt in der machten krach wie viel zwölf so was habe ich hier noch jetzt kursantem kann raus was haben wir hier noch zuckersamen kursantem will was ist noch hier was kann raus mit dem müll was soll ich damit messer messer ich muss das messer haben echt nur zweimal fleisch mehr nicht super war nicht so ergiebig leider war wohl ein kleines schwein so viel zeit muss sein so ok ja ja komm mal her noch ein handy mein gott was wollen die alle mit kaputten handys deswegen haben sie weggeschmissen ja ich glaube auch also das mit dem so mit dem mit dem saschner hier speer ist gar nicht mehr so ganz so doof ich komme mit dem ding nicht klar man muss sich nur echt man muss nur den man muss nur den punkt abwarten wann man das macht weil der muss ja ziemlich lange zum nachladen und immer schön am kopf ziehen dann klappt das auch ja aber der schlicht nicht dahin wo das fadenkreuz ist ne stimmt hier ist ein schaf habe ich meine peitsche mit oh die habe ich mit jetzt fahre ich das schaf ich suche das schaf ach so na toll die ganzen scheiß fliegen ich habe fliegen am arsch ach großartig ich habe keine ahnung das müsste in deinem inventar landen meine ich wenn du es gezähmt hast echt echt jetzt meine herr ich müsste dann glaube ich ein bisschen platz im inventar machen hö hö nein halt du bist gelähmt ich muss mal auf meine platz im inventar was habe ich hier denn bambussamen komm her schaf ich krieg nochmal dresche mal mal stehen jetzt kannst du eh nicht weg okay landet nicht im inventar ich habe es tot gehauen okay dann hat das mit dem zähmen wohl nicht so geklappt nie also wie es genau funktioniert keine ahnung okay na gut dann müssen wir nochmal lernen wie das mit zähmen ist verhauen ist nicht oh das ist ein kleines schwein hallo kleines schwein das hätte ich auch zähmen können naja aber wir haben hunger tut mir leid so ich habe jetzt was zu essen ich habe jetzt sieben mal fleisch dann guten hunger bevor ich meinen rucksack nicht habe gehe ich in hunger streik nicht zu finden oder was nö so gibt es ja gar nicht ja grün in grün ist halt nicht so einfach ne ne das stimmt du weißt das nicht du weißt ja auch noch nicht mal genau wo das war ne ne nur ungefähr hm was machen wir denn da suchen also ich jedenfalls ich komme mal rüber ich komme mal vorbei dann gucken wir beide mal nach und dann wir Das ist ein Bananenbaum. Oh Gott, das ist ja einfach. Mist. Wo bin ich jetzt denn hier? Dahinten. Okay. Das wäre auch noch was, also das könnten die ruhig einführen, dass der auf der Karte angezeigt bleibt. Ja, wenn nicht, kannst du. Dahinten. Das Schlimme ist, man weiß, das ist ja nur ungefähr, ne? Ja. Aber ich meine, du hättest irgendwas gesagt, ich wäre schon in der Stadt. Ich war doch schon viel weiter als hier. Auf jeden Fall hieß das Football-Feld. Mhm. Wie bist du denn, bist du da drum rumlaufen, oder was? Ich bin vom Schneegebiet eigentlich straight Richtung nach Hause gelaufen. Okay. Und an irgendeiner Kante habe ich dann den Weihnachtsmann gesehen, da habe ich dann angehalten und wurde gefressen. Okay. Und dann weiß ich jetzt nicht mehr, was es war. Ei, 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 ei. Dich den scheiß Hirsch liegen lassen. Wo bist du denn? Ich pendel hier immer zwischen Schneegebiet und Stadt. Und dann weiß ich nicht mehr, was es war. Uh-huh. heiter freund hier so los ja auf jeden fall der menge action die die spawn irgendwie auch nicht weil wie nein also ich habe nicht das gefühl dass das hier weniger wird also dies wollen die also normalerweise sollten sie das alter freund ich treffe nicht mal mehr bleibt doch wo der pfeffer wächst naja ja 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 klar was lernen wir raus wenn wir uns hinlegen sofort in wegpunkt setzen richtig ich hab keinen bock mit dir zu spielen echt nicht mehr so du bluder ist bist du dran fertig alter da machst du mit dem speer hantierst du ohne ende und die stirbt nicht ja ich mag den nicht den speer also ich komme damit nicht klar aber bei anderen geht das so leicht bist du denn von mir was haben wir denn hier banan bananen pflanze ich drehe durch wenn alle strecke reißen fressen wir bei laden ich hab drei stück wow naja ist doch besser als nichts ja das ist richtig aber jetzt noch unser lädchen nehmen wir auch noch mit retten wird das definitiv nicht so meine tasche ist nicht voll das heißt aber ich sehe die zeit ist wieder rum dann würde ich einfach mal sagen vielen vielen dank fürs zuschauen freunde wir hoffen es hat euch gefallen dann macht doch mal daumen nach oben auf jeden fall schreibt was in die kommentare und wir suchen noch fleißig hier gut aus einem rucksack ich weiß ja wo der ist ich kann gar nicht sehen ich hab dich doch gerade noch gesehen also ganz nicht weit weg sein von mir ich sehe ich stehe direkt vor dir nicht kann ich nicht sehen schon wieder tja also bis zum nächsten mal tschau 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 tschau